Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einem beschissenen Spiel und ich bin schon wieder tot. Jetzt werde ich euch zeigen warum Borderlands 2 Säcke lutscht. Das kann doch nicht wahr sein. Mit Mustern KR 87 und Vaylesplayer als Gast. Und meiner Frau, die mit mir zusammen Borderlands 2 suchtet. Ja, ich bin auch wieder dabei, hallo. Und nein, ihr dürft nicht mitspielen. Weißt du, jetzt fliegen hier 10 Millionen Roboter rum und noch der Endgänger dazu. Wie soll man das denn machen? Ich habe ihn jetzt mit meinem Messer kaputt hier. Ey, das muss ich mir nachher dann nochmal auf YouTube angucken. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie soll man... Wie? Jetzt kommen da noch Flugdrohnen, natürlich, die wieder die Schilde aufladen. Ja, ist klar. Ich feier das so hart, ne? Vor allen Dingen, man hört eben nur so... Oh, meine Fahrt ist tot, oh. Oh, ich weiß schon, du bist der Beste. Kannst du den da drüben treffen? Wahrscheinlich nicht. Ich sehe gar keinen. Jetzt hast du mir meinen kaputt geschickt. Ja, weil du zu langsam bist! Ich kann doch nicht, Schatz. Da war schon wieder einer, den du hättest platt machen können, aber... Nein, du... Ich hab doch einen erwischt. Der hat schon wieder über die Hälfte der AP mehr. Wie kann denn das? Verkackter Willem, ey. Was ist denn das für ein Assi? Ich glaub, das ist die verrückteste... Das wird ein... Die verrückteste Let's spontan... Über dir. Über dir, Schatz. Da ist jemand, den du... Ja, da vor mir ist auch einer. Ja, dann mach. So. Let's spontan. Ja, genau. Let's spontan einfach lachen. Weil der denkt so schnell sein Schild nach. Hier. Was ist denn das? Meine Frau bewegt sich schon wieder nicht genug und deswegen stirbt sie die ganze Zeit. Ja, genau. Es ist alles meine Schuld. Es liegt nicht daran, dass hier 10.000 Fächer rumfliegen. Nein, tut es nicht. Es liegt daran, dass du immer nur auf einem Fleck stehst und ballerst. Anstatt mal dich ein bisschen zu bewegen. Lauf, Schlampe, lauf. Was befreundet, was stimmt ich denn so, was du und so? Was macht der denn jetzt? Was hat der denn jetzt für Abspackungen? It's not a bug, it's a feature. Der kann mir die Eier lutschen, dieser Penner. Ey, sag mal, wie regeneriert der denn sein Schild die ganze Zeit? Ich sehe ja nicht mal so eine Drohne, die das macht. Vorher waren da immer so Flugdrohnen, die sein Schild regeneriert haben. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Der Schild regeneriert sich von alleine. Es ist die Gesundheit, die die Dinger generieren. Wau, 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 wau. Äh, da! Stinky, wie geht's dir? Was, wer, was, wo, warum? Stinky, wie geht's dir? Äh, mir ganz gut, Muffy. Und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Wieso, Muffy? Du warst doch schon immer der Stinky. Ja, aber wenn du mich Stinky nennst, nenne ich dich Muffy. Alter, das gehört jetzt nicht hier in dieses Video. Ja, das ist mir doch scheißegal. Das ist so eine Spontanaufnahme gerade. Ich kicke. Außerdem muss ich mir, außerdem muss ich mir gerade Tränen aus allen drei Augen wischen. Ja, genau. Du zeichnest dein Tränis als Augen? Ja. Jetzt kriegen wir ihn. Jetzt, jetzt lutsch doch meine Eier! Jetzt will ich ihn fett machen! Ja! 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 Ja, er ist tot! Das trinken bloß die Nachbarn. Ficken! Welche Nachbarn? Welche Nachbarn? Boah, ich kotze ins Essen. Ja, aber nicht mehr für lange. Ich danke allen fürs Zusehen und nein, ich werde dieses Spiel bestimmt nicht let's playen. Ich merke ja, wie das ausgehen würde. Genau. Joshua würde noch drei Parts seinen PC aus dem Fenster werfen. Nein, bis jetzt ist das Spiel vom Schwierigkeitsgrad echt okay. Es ist schwerer als der erste Teil, aber es ist okay. Aber so ein Gegner? What the fuck? Bis dann! Ja, äh... Man sieht sich beim nächsten Mal. Vielleicht. Tschüss! 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 Schatz, du musst auch noch Tschüss sagen. Tschüss! 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 Haut rein! Okay, tschüss! Tschüss!